Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu BF Gaming. Solanta hier mit einem weiteren Video vom Battlefront Ultimate Team. Ich habe jetzt die erste Folge gestern, Zeitpunkt der Aufnahme, veröffentlicht. Ich habe schon ein paar Resonanzen. Also klar, auf YouTube nicht so viele, aber auch intern Nachrichten bekommen. Das sind eigentlich schon coole Ideen. Dementsprechend wird das Format fortgeführt. Und im heutigen Video haben wir tatsächlich den lieben B, also Grüße gehen raus. Und ja, ich kann es auch schon mal spoilern. Im nächsten Video wird dann der liebe Elle auf jeden Fall kommen. Das werde ich jetzt mal machen, dass ich dann in dem Video sage, wer als nächstes kommt. Naja, ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Genau, vorab, falls euch das Video gefällt und das Format gefällt, dann schreibt gerne positive Wertungen da. Und falls ihr was an BNES Karte ändern würdet, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Ansonsten blende ich sie euch hier direkt ein, so wie ich es bei mir auch gemacht habe. Und ja, gehen wir erstmal über die Basics. Bene natürlich, wunderschönes Profilbild. Grüße gehen raus an Pike. Dann natürlich das Bayern München Logo, weil er Bayern Fan ist. Bayern ist halt so, Deutschland, weil Deutsch. Und ja, dann natürlich eine 92. Über die werde ich aber erst am Ende des Videos nochmal drüber eingehen, wie ich das bei mir auch gemacht habe. Und wir fangen dann direkt an mit den Werten. Falls ihr das andere Video von mir nicht gesehen habt, dann verlinke ich es euch oben rechts in der Infokarte. Ansonsten gehe ich nochmal ganz kurz drüber, was die einzelnen Werte bedeuten. LSW ist Lichtschwert, BLA Blaster, MVM Movement, ABI Abilities, HOK Hooks Wings und PAR Parieren. Und ja, fangen wir direkt an mit dem Erklären der Werte. Und zwar habe ich dem Bene, beziehungsweise wir haben das ja in Absprache so ein bisschen gemacht mit Elle, mit Bene selbst. Und habe ich ihm eine 93 gegeben. Und zwar aus dem Grund eine 93, weil meine Karte auch eine 93 hat. Man muss die Karten ja immer so ein bisschen in Relation setzen. Klar könnte ich Bene jetzt auch bei Lichtschwert eigentlich nur 99 geben, weil er richtig krass ist. Aber man muss das immer in Relation setzen mit den anderen Karten. Und auch hier sage ich es einmal jetzt als Disclaimer, das ist nur eine Goldkarte. Da muss man jetzt nicht direkt übertreiben mit überall 90er Werten. Bene ist natürlich richtig, richtig gut in 1v1s und das spiegelt diese Karte, denke ich, auch richtig gut wider. Die 93 auf Lichtschwert, also Bene, ich kann dich nur loben, dein Lichtschwertkampf, der ist richtig gut. Der ist richtig, richtig gut. Teilweise verbesserungswürdig, vor allem wenn es in Stresssituationen geht. Aber nichtsdestotrotz wäre es, glaube ich, nicht gerecht gewesen, dir etwas unter der 93 zu geben. 93 ist wirklich richtig, richtig krass gut. Und wir machen dann weiter. Ich denke, da muss ich nichts weiteres erläutern. Wenn ihr Bene nicht kennt, dann schaut mal ins BFG-Pokalfinale, auch auf meinem Kanal. Und dann schaut euch mal an, hier mein Kampf gegen Bene. Und dann seht ihr ja Bene, wie er kämpft. Das ist schon echt klasse. Genau. Dann Blaster 75. Ich hätte tiefer gehen können. Ich hätte höher gehen können. So würde ich es mal formulieren. Klar, Bene ist irgendwo auch das Meme von unserem Clan geworden. Und gerade was so Blaster-Helden angeht. Also immer, wenn wir irgendwie einen schlechten Spieler sehen oder sogar einen Bot. Und sagen, ja, Bene ist wieder da. Ja, Bene hat halt. Es tut mir leid. Ist halt nicht so der Beste mit Blastern. Aber 75, also er ist ja nicht schlecht. Aber ja, im Vergleich zu den anderen Clan-Membern, Luft nach oben. 75 ist, denke ich, in Ordnung. Da hat er selbst auch zugestimmt. Also ich weiß nicht, ob du das Video sehen wirst, Bene. Wahrscheinlich schon. Du hast zugestimmt. Und ich denke, da sind auch alle Beteiligten mit in Ordnung. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber klar, da ist noch Luft nach oben. Das sieht man gerade auch in den 4 gegen 4s. Von Galaxis-Eroberungen. Wenn er Blaster-Held spielt, da merkt man, da ist so eine gewisse Unsicherheit. Also lieber, bleib beim Lichtschwert-Helden, bring das auf den Punkt. Und dann passt es. Ansonsten, Movement 87. Ich habe mir, das ist auch wieder in Relation mit meiner Karte, ich habe mir eine 89 gegeben. Ich finde mein Movement ein bisschen besser als das von Bene. Gerade so, was so dieses Dächeln angeht. Und auch so diese Selbstverständlichkeit im Movement. Und vor allem ist beim Movement ja eben auch das Movement von Blaster-Helden mit integriert. Und deswegen, Bene, ist eine 87, denke ich, in Ordnung. Nochmal als Vergleich, ich hatte eine 89 mir gegeben. Ich finde halt gerade so bei Blaster-Helden, ja, das passt halt zu der 75, ja. Aber es wäre natürlich absolut ungerecht gewesen, dir irgendwie noch dafür Abzüge zu geben, weil Lichtschwert 93, ich habe es eben schon gesagt, das ist einfach klasse. Deswegen ist 87, denke ich, ein richtig solider Wertbeine, mit dem du leben kannst. Und, ja, machen wir direkt weiter mit Abilities. Da habe ich dir eine 88 gegeben. Das ist, ja, gleichziehend mit meiner 88 bei Abilities. Klar, du bist kein dummer Spieler. Du hast auch fast, oder wenn das Video veröffentlicht ist, hast du es vielleicht sogar schon geschafft, die 100 Spieltage in Battlefront. Ja, du weißt, wie das Spiel läuft, du weißt, wann du welche Fähigkeiten machen musst, du weißt, wie du andere Fähigkeiten kontern musst. Dementsprechend 88, richtig solide. Ich würde dennoch nicht höher gehen. Bei mir war es allerdings eine andere Begründung. Bei dir würde ich die Begründung auch nehmen, im Vergleich so mit den Blaster-Helden, dass du da halt zum Beispiel ein Detonit im falschen Moment zündest oder im falschen Moment wirfst sogar, ja. Deswegen würde ich nicht höher gehen, aber niedriger auf keinen Fall, weil in 1v1 deine Fähigkeiten, du setzt die richtig ein. Also muss man ja nicht drüber reden. Ja, dann Hooks Wings. Habe ich dir eine 89 gegeben. Das war mein schwächstes. Da hatte ich eine 81. Also da bist du deutlich vorne. Ja, Hooks Wings kannst du besser als ich. Das ist so. Aber du trainierst sie, glaube ich, auch häufiger als ich. Und was bei dir beachtlich ist, du triffst nicht nur oft häufig Hooks Wings, sondern du weißt auch, wie du keine kassierst. Also du weißt, wann du dächen musst, wann du ausweichen musst. Hooks Wings gelingen dir einfach gut. Warum ich nicht höher gegangen bin, ist, glaube ich, diesmal eine andere Begründung. Und zwar, es ist eine Goldkarte. Das habe ich am Anfang gesagt. Das habe ich dir, Ben, auch privat gesagt, als ich die Karte erstellt habe. Eine Goldkarte sollte jetzt nicht das Krasseste vom Krassesten sein. Wenn du aber mal eine Momente-Karte kriegst, zum Beispiel aus dem BFG-Pokal, eine Momente-BFG-Pokal-Karte, dann kann man da bestimmt noch hochgehen. Aber dennoch 89 Hooks Wings. Es ist nicht viel, was du verbessern kannst. Klar, du kassierst auch mal welche. Das ist so. Aber viel verbessern kannst du da nicht. Dann parieren. Hast du eine 91, da habe ich nur 85. Da habe ich ja im letzten Video gesagt, eigentlich hätte ich mich ein bisschen höher machen müssen, wegen diesem Double Parry. Nichtsdestotrotz, das machst du nicht. Aber wenn man wirklich nur vom reinen Parieren ausgeht, ja, das kannst du. Also wenn ich mich daran erinnere, ans Parieren, du stehst da, wenn wir gegeneinander kämpfen, und du wartest. Also man, das ist gar nicht böse gemeint, aber manchmal du wartest. Du wartest, bis ich einen Schlag mache, und dann kommt ein Parieren. Und dann warte ich, aber du schlägst dich, dann wartest du wieder, dann schlage ich, dann kommt wieder ein parierter Schlag, weißt du. Also parieren kannst du. Klar, du bist nicht dumm. Du hast das auch, ja, perfektioniert. Das spiegelt die 91, denke ich, auch wieder. Und, ja, vor allem finde ich es auch wichtig, dass du da nochmal über die 90 bist, gerade, um auch so ein bisschen das Blaster auszugleichen, sage ich mal. Man muss ehrlich sein mit dem Blaster, aber so ehrlich man mit dem Blaster ist, muss man auch mit dem Parieren ehrlich sein. Deswegen geht die 91 auf jeden Fall fit. Und, ja, das führt uns dann zur Gesamtwertung, um dieses Video schon mal abzuschließen, langsam aber sicher. Eine 92. Meine Karte hat auch eine 92. Und ich finde, die 92 ist mehr als gerechtfertigt. Deine Stärken, ganz klar, liegen bei Lichtschwert, liegen bei Parry, liegen bei Hooks Wings. Das sind genau die, ähm, Werte, die ja dieses 1v1, ähm, ausmachen. Ja, Blaster, Movement und Abilities, das zählt eher so in die Blaster-Kategorie. Aber wirklich Lichtschwert, Hooks Wings, Parieren, das sind die Werte, die dich ansprechen. Und die sind hoch. Und dementsprechend geht die 92 definitiv in Ordnung. Auch wenn deine Karte bei Blaster eine Schwäche hat, so hatte meine die Schwäche bei Hooks Wings. Es ist so. Es ist, wie es ist. Nichtsdestotrotz will ich nicht unter die 92 gehen. Ich finde, ähm, wenn wir die gleiche Gesamtwertung haben, ist es mehr als gerechtfertigt. Und, ja, wie gesagt, da wo deine, deine Schwächen sind, ja, da hatte ich dann meine Stärken, wo ich bei Blaster eine 90 hatte, bei Movement eine 89, ja, dann hast du halt eben woanders deine Stärken. Und ich finde, das ist, ähm, ja, ein gutes Schlusswort für dieses Video, Bene. Und an alle Zuschauer, ich hoffe, euch gefällt seine Karte. Und ich hoffe, dir, Bene, gefällt deine Karte. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, ähm, für das Format, also, wenn ich irgendetwas besser machen kann, oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge für Benes Karte habt, dann schreibt's gerne in den Kommentaren. Ansonsten als nächster kommt der liebe Elle. Diese, seine Karte ist auch schon fertig. Die hab ich hier auch schon offen nebenbei, während ich hier aufnehme. Ähm, die wird krass. Und ansonsten, ähm, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Und falls ihr Kartenideen habt, ja, irgendwie mit Momente, mit Rückblick, mit Eiken, mit dies, das, anderem, schreibt's gerne in die Kommentare, schreibt's mir privat, scheiß drauf. Und ansonsten, ja, war's das. Möge die Macht mit euch sein. Haut rein und ciao, Leute. bis jetzt noch ein paar Sekunden. bis jetzt, bis jetzt.